Was passiert dieses Jahr alles? Dicker, was passiert dieses Jahr alles? Chrissy Solmecke hat ein Video rausgehauen mit dem Titel Anzeigenhauptmeister wegen Volksverhetzung verurteilt, droht Gefängnis? Also der Anzeigenhauptmeister. Mehr Allmann geht eigentlich nicht. Und das ist nicht als Beleidigung gemeint, sondern als, ihr versteht, wie ich es meine. So, Dude, der sich versucht, an jedes einzelne Gesetz zu halten, der sich selber gefühlt einen Strafzettel gibt, wenn er über Rot läuft, wurde jetzt wegen Volksverhetzung angeklagt. Und ich denke mir so, oder was passiert denn dieses Jahr? Lass mal reingehen, Alter. Was sagt Chrissy Solmecke? Ausgerechnet der Mann, der für Recht und Ordnung sorgen will, ist jetzt selbst mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Ich bin sehr gespannt, was er gemacht hat. Also wie ist denn der jetzt wegen Volksverhetzung verknackt worden? Anzeigenhauptmeister ist verurteilt worden wegen Volksverhetzung. Recht harte Straftat, habe ich euch letztens schon im Zusammenhang mit dem Sylt-Video gesagt. Mindestens drei Monate kommt man bei einer Verurteilung wegen Volksverhetzung ins Gefängnis. Wir schauen uns an, ob das jetzt beim Anzeigenhauptmann... Kommt man wegen Volksverhetzung wegen einmal schon im Knast? Ich glaube nicht. Ist KuchenTV nicht auch wegen Volksverhetzung angeklagt worden oder so? Und ich glaube, der muss auch nur eine Geldstrafe zahlen, meine ich, oder? Auch so geil, du bist wegen Volksverhetzung verurteilt. Das ist auch so, das ist auch nicht die coolste Verurteilung, finde ich. Ich finde so, weiß nicht so, was ist eine coole Verurteilung? So Körperverletzung, wenn man jemanden beschützt hat zum Beispiel, das sind coole Verurteile. Stell dir mal vor, jemanden belästigt eine Frau und du haust ihm irgendwie so einen Zahn aus oder brichst ihm die Nase und dann sagt er, okay, das war so zu viel, was du gemacht hast. Das ist eine coole Verurteilung. Aber Volksverhetzung ist irgendwie eine uncoole Verurteilung. Meister auch so ist. Wir schauen uns seine Disco-Tournee an und wir schauen uns an, was er da zusammen mit Monte gemacht hat, denn er war zusammen mit Monte auf Tour. Alla, elaka. Kuss, danke für den Zapf. Ich habe übrigens auf jeden Fall schon mal meinen Stress-Protein-Riegel bereit, Alla. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und ich danke euch für eine Million Abonnenten. Danke an jeden, der hier dieses Ach krass, das ist ein Jura-Kanal, eine Million Abonnenten hat. Das ist ein heftig. Abo-Knöpfchen gedrückt hat. Und ich will ehrlich sein, als die Spiegel-Reportage über den Anzeigenhauptmeister rauskam, da habe ich ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass Niklas Matthei einmal auf Club-Tour in Deutschland gehen würde. Aber genau so ist es gekommen. Wenn ihr ihn mal live sehen wollt, hier sieht man sein... Alter. Alter, der Junge ist in Geldern. Da komme ich her, da bin ich aufgewachsen. Ganz kurz, ne? Aber was ist denn das auch eigentlich wieder für eine weirde Timeline? Dass der Anzeigenhauptmeister auf Club-Tour geht. Ganz kurz, ich glaube mittlerweile, dass das alles unfassbar geplant war. Dass der genau wusste, was er tut und gar nicht so... Ja, viele haben ja gesagt, dass er vielleicht irgendeine Einschränkung oder sowas hat, weil er halt natürlich ein bisschen sehr eigen ist so. Aber ich glaube, der Mann ist sehr schlau und ich glaube, der Mann weiß genau, was er tut. Vor allem auch dieses mit den... Ich sehe, dass hier noch so zwei heiße Polizistinnen drauf sind auf seinem Bild. Ich glaube, der Typ weiß genau, was er macht. Ich glaube, der weiß genau, was er macht. Seine Club-Tour, Koblenz, Cuxhaven, Trittau, Ritterhude, Mülheim, Friesag, Saarbrücken. Also er kommt richtig rum in Deutschland, in den verschiedensten Clubs. Ist er jetzt anzutreffen? Ihr könnt Selfies mit ihm machen. Wahrscheinlich auch wird er Autogramme geben und er wird wahrscheinlich dort nicht nur Autogramme geben. Ich glaube, der meinte auch mal so, dass echt viel durchplant war, was er da gemacht hat. Eben. Merkt euch die Daten, liebe Leute. Ihr solltet nicht falsch parken in diesen Städten, denn der Anzeigenhauptmeister... Imagine, er guckt so vor dem Club, wer falsch geparkt hat, während er da auftritt. Ist dann in den jeweiligen Städten ja unterwegs. Er hat gesagt, dass er das alles selber geplant hat, dass das alles so geplant hat. Ja. Ab dem Zeitpunkt ist so... Ja, bruh. Weiß auch nicht, Digga. Na, dort in den Clubs auch unterwegs ist. Also, insofern verrückte Geschichte, dass er jetzt hier auf Club-Tour ist. Von Mai bis August. Allerdings, all der Ruhm, der rettet ihn nicht vor dem Gesetz. Wie sagt Mattheimer selbst, Gesetz ist Gesetz und vor dem Gesetz sind alle gleich. Und das hat er hier gesagt. Ja, außer du bist sehr reich. Dann vielleicht nicht. Er muss sich ja eigentlich selbst dran messen lassen. Nehmen wir mal an, ne? Ja. Deine Mutter hat falsch geparkt. Ja. Und du siehst das. Auch diese Kombi wieder, ne? Ist so, wo dann was für einer Timeline leben wir? Ja. Gerade so, wie du da stehst. Beib und Seele. Ja. Was machst du dann? Eine Anzeige erstatten. Also, er würde selbst seine Mutter Anzeigen und Anzeige erstatten. Gegen deine Mutter. Ja, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Das ist meine Männlichkeit hier. Kein Witz. Das ist kein Witz. Vor dem Gesetz ist jeder gleich. Und wenn deine Mutter weint und sagt, bitte gib mir die Chance, wir löschen es, dann kann man doch. Ne. Nein, vor dem Gesetz ist jeder gleich. So. Das ist eine abgefuckte Scheiße. Ist das eine abgefuckte Scheiße? Müsst ihr euch merken, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Die logische Schlussfolgerung seiner Aussage ist, dass natürlich auch der Anzeigenhauptmeister selbst sich für Gesetzesverstöße verantworten muss. Und so kam es. Ihm ist der Prozess gemacht worden, wie verschiedenste Medien die ihn jetzt berichten und er hat den Prozess insoweit verloren, als dass er verurteilt wurde. Anzeigen, dass er wegen Volksverletzung zu 100 Arbeitsstunden verurteilt. Ja, okay, sind halt drei Wochen, ne? Das ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt, glaube ich. Worden ist, er hat eine vier... Aber was hat er gemacht? Also was hat er gemacht, dass er verurteilt wurde? Das frage ich mich gerade. Aber ich brauche meinen Stress Proteinriegel. Ganz kurz, Hashtag Werbung, falls ihr auch Proteinriegel bei ESN kaufen wollt, der ist jetzt mein Lieblingsriegel. Der ist unendlich lecker. Da, Koki. Der ist gar nicht mein Lieblingsriegel. Ähm, Chocolate, Chocolate Fudge ist mein Lieblingsriegel, aber ich glaube, der schmeckt sehr ähnlich. Ähm, Code TJ benutzen, dann bekommt ihr immer den maximalen Rabatt. Mit keinem Code bekommt ihr mehr Rabatt als mit meinem. So, äh, ja. Fokus und ist auch noch wegen Volksverhältnissen zu 100 Arbeitsstunden verurteilt worden. Schauen wir uns mal an, was da genau vorgefallen ist, wieso ausgerechnet der Anzeigenhauptmeister mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Aber vielleicht für euch noch der Hinweis, äh, ihr seid zwar nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, aber Twitter ist möglicherweise mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und ihr könntet jetzt mal checken, ob ihr betroffen seid vom Twitter-Datenleck. Millionen Deutsche sind betroffen und unser Partner RightNow kauft euch die Ansprüche ab. Das heißt, wenn ihr betroffen seid, macht euch RightNow ein Angebot und kauft euch euren Anspruch im Twitter-Datenleck ab. Ihr braucht keinen Rechtsschuss und nix. Ihr könnt direkt die Ansprüche verkaufen. Einfach mal auschecken, hier über den QR-Code oder in der Wild Caption. Was ist vorgefallen? Niklas Matthei wurde schuldig gesprochen wegen Volksverhältnissen. 130 Strafgesetzbuch. Ja, da gibt es verschiedenste Varianten und man kann dann mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren rechnen, also mindestens drei Monate, wenn man da verurteilt wird, schon recht heftig. Und die Freiheitsstrafe ist bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn etwas anderes hier vorgefallen ist. Schauen wir uns mal an, die erste Variante, also Absatz 1, da müsste man den öffentlichen Frieden stören und ihr kennt das noch aus dem Sylt-Video, habe ich immer gesagt, zum Hassanstacheln und bei der Variante 2, da sind es drei Jahre und da geht es darum, dass man hier zum Beispiel zu Gewalt aufruft gegen bestimmte Personen oder Personenmehrheiten. Also verschiedenste Varianten gibt es der Volksverhetzung und jetzt die Frage, was genau wird ihm vorgeworfen? Das frage ich mich auch. Also was hat er gemacht? So sagt der Fokus hier unter anderem was. Also er wird wegen Volksverhetzung schuldig gesprochen. Der Internetstar soll während seiner Schulzeit verbotene Inhalte in einem Klassenchat geteilt haben. Er soll den Tod von Menschen gefordert haben, die sich nicht impfen. Also ganz kurz, ich war auch so, ey, lasst uns doch alle impfen. Das ist bestimmt... Gut, aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich wünsche allen anderen den Tod. Ich fand zwar ein paar Impfgegner ein bisschen weird, ein bisschen sehr weird, teilweise auch, wie die sich benommen haben, aber Bruder, ich habe denen auch nicht den Tod gewünscht. Boah, what the heck, Alter. Etwas Interessantes, so ganz genau weiß man es nicht, aber hier sagt er auch, er bestritt die Vorwürfe vor Gericht, doch der Jugendrichter kam zu dem Schluss, dass er die strafbaren Posts veröffentlicht hatte. Kann man ja mit Screenshots belegen. Die Staatsanwaltschaft Dessera-Roslau hatte ihn aufgrund dieser Vorwürfe angeklagt. Also, er soll den Tod... Aber die Frage ist, wer aus dem Klassenchat hat gesnitcht? Das ist ja die Frage. Wer aus dem Klassenchat hat denn damals gesnitcht? Einer Person gefordert haben, die ungeimpft ist. Boah, das ist hart, Alter. Man denkt, wow, das ausgerechnet aus dem Munde des Anzeigenhauptmeisters in der Straftat, er bestreitet das, aber das Gericht sagte, nee, kann es noch so sehr bestreiten, ist hier passiert. Die Richter sind sich da sicher gewesen, dass er das alles veröffentlicht hat. Da war bestimmt ein Riesenmedienspektakel bei dem Verfahren Pustekuchen, denn das Verfahren ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden. Ist also bislang auch kaum bekannt gewesen. Warum war das so? Klar, Matta ist zwar jetzt volljährig, aber zum Zeitpunkt der Tat war er noch Schüler und noch keine 18 und weil man noch keine 18 ist, gilt das Jugendgerichtsgesetz. Also, als Jugendlicher hatte er jetzt hier aktuell hier, Absatz 2 Jugendliche, als wäre es zurzeit... Naja, hätte ich wahrscheinlich nicht Freunde in der Klasse gemacht. Ja, true. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele in der Klasse sich denken so, Bruder, du hast damals das und das gepostet und jetzt machst du hier einen Oberallmann. Nee, 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 wir zeigen dir jetzt mal, wir zeigen dir jetzt mal, wer du wirklich bist. Kann ich mir auch vorstellen. Wenn der Tat 14 aber noch nicht 18 war und er war halt noch keine 18 Jahre, deswegen gilt hier das Jugendgerichtsgesetz und es findet in diesem Verfahren dann 48 Jugendgerichtsgesetz Anwendung und da sieht man eben, dass diese Verfahren nicht öffentlich sind. Also deswegen hat davon eigentlich kaum einer etwas mitbekommen. Und das bedeutet aber auch, es ist kaum bekannt, was der Niklas da exakt verbreitet hat. Was aber bekannt ist, dass das Gericht halt zu dem Ergebnis kam, dass die Inhalte volksverhetzend waren und deswegen auch eine Straftat begangen wurde. Es ist also nicht ohne, was der Hobbyordnungshüter da im Chat rumgeschickt hat. Die Frage ist, muss er jetzt seine Haft antreten und wie hoch könnte das Strafmaß hier sein? Ja, welche Strafe er genau bekommen hat, berichten auch einige Medien. Da sieht man, keine Gnade vor dem Richter, dass er insgesamt 100 Arbeitsstunden bekommen hat und 1000 Euro Geldauflage zahlen muss. Ich glaube, das war in Form von einem Bildschirm da vorhin, dass er das gepostet hat irgendwie. Ja, war ein teures Bild, ne? Das war ein teurer Spaß. Aber ganz kurz, ohne Arbeitsstunden kommen wir und das sind halt drei Wochen Arbeit, ne? Also, dann hast du die halt gemacht. Das ist halt schon, kriegst du hin. Ich sage mal, kriegt man hin. Wollte sich allerdings nicht äußern gegenüber den Medien. Das ist interessant, weil er sich ja ansonsten viel zu den Dingen äußert, die zu ihm gesagt werden. Jetzt kann man sich ja nur sagen, boah, ist aber eine milde Strafe, Sorge, Mecke. Du hast uns doch im Sylt-Video gesagt, man kriegt direkt drei Monate Freiheitsstrafe bei Volksverhetzung. Ja, in der 130 Absatz 1 Alternative. Ja, in der 130 Absatz 2, Alternative könnte es auch eine Geldstrafe sein. Hier kommt aber noch was anderes hinzu. Niklas war ja minderjährig zur Tatzeit und daher wurde sein Fall eben nach dem Jugendstrafrecht abgeurteilt. Und da sehen wir das Ziel des Jugendstrafrechts. Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen und Heranwechslenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten. Finde ich auch gut. Also, klar, muss es auch eine harte Strafe sein, wenn du ganz viel Kacke baust. Aber, ähm, dass man bei Jugendlichen noch versucht, ein bisschen mehr zu formen, dass sie nicht wieder eine Strafe begehen, äh, voll sinnvoll, Alter. Also, nicht primäres Ziel, ihn zu bestrafen, sondern primäres Ziel, zukünftig weitere Straftaten zu verhindern. Aber eigentlich sollte es nicht immer das Ziel sein von Gericht, dass man denkt, ey, lass mal probieren, dass jemand nicht nochmal... Scheiße, Boot. Ja, und da spielt es dann auch keine Rolle, dass die Nachrichten in einem Chat, äh, also in einem vertraulichen Umfeld versendet worden sind. Auch ein Chat ist kein rechtsfreier Raum, kann also auch hier eine Rechtsverletzung begehen, die zur Anzeige gebracht werden. Aber er hat eben hier ein relativ mildes Urteil bekommen. 100 Stunden Sozialleistung, die er da erbringen muss. Ähm, ist jetzt noch nicht so die große Welt. Ja. Äh, apropos mildes Urteil. Facebook ist verurteilt worden. Da geht jetzt auch Verjährung. Das könnt ihr auch noch schnell ausstecken. Dieser Mann macht so viel Cash mit diesen Videos. Ich gönne sie mir aber komplett, Alter. Dann checkt mal Facebook aus. Für alle, die eine Rechtsschutzversicherung haben, versuchen wir 1000 Euro pro Case, geltend zu machen. Geht genauso wie das Twitter-Datenleck. Handy-Nummer eingeben und dann wisst ihr sofort, ob ihr betroffen seid. Und wir versuchen da 1000 Euro für euch rauszuholen. Geht aber nur noch bis zum 31.12. Dann droht hier die Verjährung. Beim Anzeigenhauptmeister ist das Urteil noch nicht in Stein gemeißelt. Der möchte Rechtsmittel dagegen einlegen. Das heißt, er will dagegen vorgehen. Fühlt sich da zu ungerecht, zu unrecht verurteilt. Okay. Hinschutz? Also, der Richter wird ja nicht gesagt haben, ich verurteile dich jetzt, weil jemand gesagt hat, vertraue mir, Bruder, hat der gemacht. Das würde ja wohl nicht passiert sein. Ja, und dann wird erst ein weiteres Gericht beurteilen, ob er sich wirklich strafbar gemacht hat. Und vielleicht hat er sich auch nicht zu Schulden kommen lassen. Muss man gucken, was dabei rauskommt. Der erste Richter war sich seiner Sache aber sehr sicher. Die Frage ist, bringt dieser Vorfall den Anzeigenhauptmeister jetzt irgendwie aus der Ruhe? Nein, denn die Verhandlung, die begann ja schon am 13. Mai und seitdem war er schon immer mal wieder auf Hobbystreife und hat weiter fleißig Knöllchen verurteilt. Man kann das alles schön verfolgen auf seiner Facebook-Seite. Featured hier, da sucht... Warte mal was. Falls mir jemand ein bisschen Geld schenken will, kann man das jetzt tun. Bitte was? Hey, ich bin zwar richtig assi, und knack einfach die Gesellschaft an. Also dein Auto, wenn du falsch parkst, verurteile ich dich. Aber willst du mir nicht Geld schenken? Hey, Chat, wollt ihr mir nicht Geld schenken, weil ich will einen Jetski? Will mir nicht jemand einen Zehner schenken? Ich will einen Jetski. Dicker, auch diese Formulierung. Falls mir jemand ein bisschen Geld schenken will, kann man das jetzt tun. Das ist wie jemand, wenn jemand sagt, ich hab einen Song rausgebracht, wenn du den hören willst, kann man das jetzt machen. Das ist so, also, was? What the heck, Alter? Er sucht da, fragt da, ob Leute ihm was spenden können, GoFundMe, und hier sieht man, ja, das ist eine Tour, die ich vorhin gezeigt habe. Wen hat er jetzt in Duisburg wieder angezeigt? Ja, dann sah man, der war mit Monte unterwegs. Also, da sieht man, dass da ganz schön was los ist. Die Kollabo mit Monte ist natürlich interessant. Er war dann in Buxtehude unterwegs und Monte war ja eigentlich der größte, einer der größten Kritiker des Anzeigenhauptmeisterschein. Alter, Eva, danke für die zwei Euro. Kuss, kuss, kuss. Allerdings irgendwie dann seine Meinung geändert zu haben, denn sonst wäre er ja nicht mit ihm auf Tour gegangen. Ja, muss er nichts zu sagen. Und das können wir natürlich auch mal schauen. Direkt was gesichtet, sagst du? Jo. Also, in Buxtehude mit Monte on Tour, der Anzeigenhauptmeister. Aber eingeschränktes Halteverbot war nochmal was? Absolutes, das ist absolutes ja. Ach ja, ein Strich ist eingeschränktes. Ja, und zwei ist absolut. Also, da kann Monte noch was lernen, kleine Lehrstunde in Sachen Halteverbot, ganz interessant. Also, ja, und danach aber wegfahren. Ja, machen wir. Ist das euer Auto, oder was? Ja. Ist doch wohl ein Skandal. Ja. Kannst du ein Foto machen von uns? Ja. Ja, interessant. Ich ein Foto. Die wollen ein Foto, nicht von Monte, sondern vom Anzeigenhauptmeister. Also, lieber vom Anzeigenhauptmeister. Das ist bestimmt für Monte auch ungewohnt. Das ist zum ersten Mal, oder, Monte? Nein, 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 nein. Also, die wollen kein Foto von Monte, sondern vom Anzeigenhauptmeister. Mit HSV-Schale, oha. Danke dir. Das ist natürlich mal interessant. Digga, es ist ein Viehübertraum. Also, diesen Stream muss ich unbedingt verpassen, ey. Naja, was ist das Fazit? Der Anzeigenhauptmeister ist jetzt erstmal zum zuständigen Amtsgericht verurteilt worden. Das letzte... Ist das alles kacke, Alter. Oh mein Gott, Alter. Das Wort ist hier noch nicht gesprochen. Matthei wehrt sich. Ja, und möglicherweise wird er in der nächsten Instanz freigesprochen. Vielleicht bleibt es aber bei der Verurteilung, dann muss er 100 Arbeitsstunden leisten und 1000 Euro zahlen. Das Geld hat er auf der Deutschland-Tour bestimmt schnell wieder drin. Wie er selbst von sich sagt, ist er jetzt stinkreich. Ich drehe jeden Cent dreimal um, trotzdem ich stinkreich bin. Bist du reich? Ja. Nee. Ja? Du bist reich, Alter. Ja, also, ich würde es zumindest als reich bezeichnen. Also, ich kann mir leisten, was ich will. Also, Digga, es ist alles ein Viehübertraum. Es ist alles ein Viehübertraum. Also, ja, wahrscheinlich hat er jetzt durch so Club-Bookings so echt viel Geld verdient, weil tatsächlich im Club-Geschäft steckt eine Menge Geld, Alter. Da steckt eine Menge, 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 Menge Geld drin. Und ich weiß, dass man echt gute Gagen bekommt, wenn man Club-Gigs macht. Wahrscheinlich hat er jetzt einmal so eine fette Zahlung bekommen, so eine Fortzahlung für, hey, du trittst dir 20 Mal auf und dafür kriegst du so eine, eigentlich 30.000, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ah, ist das eine Kacke. Nicht schlecht, er ist stigreich, kann sich leisten, was er will. Aber eine rechtskräftige Verurteilung, das wäre natürlich ein Fleck auf seiner knallfarbenen Weste des bekanntesten Knöllchenschreibers Deutschlands. Das will er sich nicht bieten lassen, deswegen wehrt er sich hier. Fakt ist aber auch, eine Verurteilung ändert nichts an Matthais Ziel, weiterhin Deutschlands Straßen unsicher zu machen oder sicherer zu machen, wenn man es aus seiner Perspektive sieht, denn er will ja Knöllchen verteilen, damit alle sich an Recht und Ordnung halten. Bin gespannt, ob Matta sich zu der Verurteilung noch öffentlich äußern wird. Ich habe dazu bislang nichts gefunden. Ganz interessant, weil er sich sonst in den sozialen Medien nicht so viel Zeit lässt und schnell dazu Stellung nimmt. Kommt hier vielleicht auch noch etwas. Ich werde auf einmal... Ja, ey, war ein gutes Video von Solly auf jeden Fall. Es ist alles ein fetter, fetter Fiebertraum. Hört einfach mal einen Track, Freunde. Boah, der kommt natürlich jetzt geböse. Freunde, es tut mir leid für den Joke, es tut mir sehr leid für den Joke, aber aus gegebenen Anlass, wenn der Anzeigenhauptmeister den Ungeimpften sieht. Sorry, ich entschuldige mich dafür. Ey, Freunde, lass gerne ein Like da, abonniert gerne rein für mehr Videos und wenn ihr einen Track hören wollt, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Tschüssi.